Guck mal durch! Geil! Sein Arsch ist schnell gelickert! Und... Eins... Zwei... Zwei... Oh nein! Ich muss da oben im Himmel gucken! Nur! Geil! Oh scheiße! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! So, dann wollen wir mal kurz die Lage checken. Allgemeine Gesichtskontrolle. Ist die da passiert? Ist die Schminkgefalle ausfüllen? Ist die Schminkgefalle ein bisschen falsch? Meine Güte, dass ich das dem Mädels immer noch erklären muss. Hört mal, wenn man aufs Oktoberfest geht und Powerdauer fährt, dann nimmt man keine Wippertusche und auch keinen Eyeliner oder so'n Blödsinn. Dann nimmt man den Edding. Dann hält er wenigstens die ganze Zeit total... Oh nein! 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 Hei, hei, hei! Hei! Hei, hei! Hei! Oh mein Gott!